Es ist halt wirklich, wir haben einen Server, einen PvP-Server, kann ich jetzt mal so vorweg sagen, ist vielleicht in Zukunft geplant und ja, eigene Arenen, eigene Fight-Areas, ein Kolosseum, wie man es im Update-Video 2014 von Wolli gesehen hat, alles möglich. Aber eigentlich, ich weiß nicht, ob dieser Berg da normalerweise auch stehen würde, aber, boah, hinterher ist das sogar ein tatsächlich guter Seed. Also ich meine, ein paar Leute werden begriffen haben, was ich mit dem Seed sagen wollte, das war ja schon eine spezielle Tastenkombination, Nummerkombination, vielleicht ist das ja tatsächlich ein besonderer Seed, ich gucke mir den mal später irgendwann in normal an, kann ich dann auch mal zeigen, wie der normal aussieht. So, kann ich mal ein paar Heartflower mitnehmen, immer gut, sieht doch eigentlich cool aus, oder? Also kann ich jetzt, ich finde, dafür, dass der Post dieses World Generators nur ein Joke war, da die Berge, hier die Häuser, finde ich klasse. Moment mal, warum sind hier Häuser? Also warum sind da hier diese Häuser? Ich habe doch den Pokémon-Mod drin, das sind normalerweise rote Häuser. Also ich kann es mal kurz einblenden, wie die normalerweise aussehen. Ich bin gerade positiv überrascht, dass die so aussehen, aber gleichzeitig auch verwirrt, warum sie so aussehen, weil normalerweise hast du diese, das ist mein größter Kritikpunkt an dem Pokémon-Mod, dass der dir auch die Häuser ersetzt in der Stadt. Und dann sehen einfach alle Städte gleich aus, das ist voll langweilig. Es kann sein, dass das hier einfach eine besondere Herbststadt ist, welche keine Models bekommen haben von der Mod. Aber auf jeden Fall gefällt es mir deutlich besser. Ich habe, wie gesagt, ich habe das bestimmt jetzt eingeblendet, so als Schnitttalent habe ich das bestimmt gemacht. Aha, naja, gut. Sieht doch, aber ey, komm. Ich finde, das sieht schön aus, mit dieser Fläche dazwischen und allem. Ich finde, das kann man sich richtig schön anschauen. Ich muss mir, also ich muss mir echt mal angucken, wie das normalerweise aussieht, weil das gefällt mir richtig gut. Das ist so ein bisschen mehr so dieses Dorf-Feeling. So, die sind jetzt nicht alle an Wege geballert oder sowas. Die stehen hier so für sich rum. Finde ich super. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt an der Mod liegt oder ob das normalerweise auch so aussehen würde, zumindest ähnlich, aber gefällt mir richtig gut. Kann ich gar nicht meckern. Und hier sind so viele Heartflower. Cool. Hier sind echt viele Heartflower. Also das könnte vielleicht an der Mod liegen, das weiß ich aber nicht. Es kommt mir jetzt einfach mal zur Gute, ja. Sei es mir gegönnt. Sei es mir gegönnt. Oh, lecker. Äh. Ja. Kein Problem für mich. Boah. Jo, aber das ist immer noch nicht das, was ich so wirklich möchte. Eigentlich möchte ich ja Gegnerz, ne? Und den da hinten möchte ich nicht, weil das ist wieder so einer. Ey, das sieht voll cool aus. So diese mega lange, weite Strecke, in die ich jetzt gerade einfach gerade ausschaue. Wisst ihr, was ich meine? Ist das normal? Weil das ist so ein richtig schönes Tal. Das kann einfach auch an dem Seed liegen jetzt mit, aber das ist so ein richtig schönes Tal. Und da sieht man nochmal hier Beweisstück, ah, es ist halt echt ein Pokémon-Mod, ne? Mit dem Zelt. Sieht ja richtig cool aus. Bin ein bisschen verliebt. Ist doch gar kein Shitpost. Ist doch ein cool, ist doch ein, ist doch ein Qualitätspost. So. Eigentlich dachte ich mir das so mit dem, äh, ich, also, ich denke mal, dass das Qpult-Let's Play so das ist, was am Konstantesten kommen wird. Ich habe ja in meinem Qpult-Update-Video, was hoffentlich ein paar Leute gesehen haben, wo ich auch ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit rein investiert habe. Ein bisschen. Angekündigt, dass ich eigentlich recht aktiv jetzt Qpult-Videos machen möchte. Das ist auch tatsächlich der Plan und ich habe auch eine Menge Ideen, die ich normalerweise gar nicht hatte. Ich habe aber wirklich eine Menge Ideen an Dingen, die man umsetzen könnte. Und, ähm, ja, dann werde ich halt, das Let's Play ist halt am einfachsten zu produzieren. Das heißt, es wird, das wird am Konstantesten kommen und alle anderen Sachen mit ein bisschen mehr Zeit dazwischen, aber trotzdem werden sie da sein. So, äh, das nächste zum Beispiel, was ich jetzt, äh, hochladen werde, wird wahrscheinlich der Voxel-Editor sein. Wer sich erinnert, ich habe ja auch ein Video hochgeladen, das hieß Bound in Qpult. Es ist ja tatsächlich möglich, jetzt, äh, Strukturen in Qpult einzubinden, was mich ja übelst geflasht hat. Das hat man auch in dem Video gesehen, wieso er mich jetzt geflasht hat. Und da dachte ich mir, mache ich mal ein Tutorial zu dem Voxel-Editor, damit das auch, damit auch ihr quasi etwas bauen könnt. Das einzige, was dann, äh, halt im Anschluss gemacht werden muss, ist, äh, also ihr könnt es nicht selber einbauen, ihr könnt es nicht selber in Qpult rein, äh, rein implementieren. Das muss leider der Chris machen, der, ähm, Developer, mit dem ich gesprochen habe. Der hat da so seine eigene, äh, Methode, das zu machen, das geht auch, glaube ich, nur Serverside. Und der hat bisher noch nichts programmiert, wodurch das auch andere machen könnten. Dementsprechend, wenn ihr etwas baut, dann müsstet ihr das erst mir zukommen lassen, ich lasse es ihm zukommen. Und dann könnt ihr das auf einem Server, der bald stehen wird, sehen. Was auch cool ist, oder nicht? So eine eigene Stadt in Qpult bauen, Teil einer Stadt sein. Man baut sich irgendwie ein Crafting-Haus und das wird dann Teil einer größeren Stadt. Also ich finde, das hat seine Vorzüge. Oh, guck mal. Melon-Ice-Cream. Ich glaube, damit kriege ich Melon-Beatle, wenn ich es nur wüsste. Wenn ich Melon... Heißen die Melon-Beatle? Gott. Äh, und der war Power 45. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Level das ist. Ich würde immer so sagen 20, 30. Circa. Vermutlich, ne? Ich kämpfe hier einfach die ganze Zeit gegen viel zu starke Gegner, aber hey. Zum Beispiel so eine furchtantflößende Katze. Wenn das kein starker Gegner ist, dann weiß ich auch nicht. Aber gefällt mir richtig gut hier. Hier könnte man sich einfach... Also hier könnte man wirklich schön bauen, oder? Mit dieser fetten Fläche. Hier so ein Häuschen, da so ein Häuschen und so. Mit einem kleinen Fluss, da hinten in den Bergen. Oh, geil. Das kriege ich richtig Laune. Ja, und wie gesagt, wenn ihr was bauen möchtet, in dem Voxel-Dienst, das werde ich natürlich auch nochmal genauer drauf eingehen. Und den werde ich auch nochmal zeigen, welchen mein Benutzer ist. Das ist Magica Voxel. Wer das mal ausprobieren möchte, falls ich das Video noch nicht hochgeladen habe dazu. Ja, ihr seid dann tatsächlich dazu in der Lage... Oh Gott, zu viele Gegner... ...Dinge in Cupel zu bauen, um sie dann am Ende wieder zu finden. Und es ist halt wirklich, wir haben einen Server, einen PvP-Server, kann ich jetzt mal so vorweg sagen. Ist vielleicht in Zukunft geplant. Und... Ja, eigene Arenen, eigene Fight-Areas, ein Kolossium, wie man es im Update-Video 2014 von Volley gesehen hat. Alles möglich. Alles möglich. Also... Gespannt bleiben. Das Einzige, was halt stimmen muss, ist die Beteiligung der Community. Aber hey... Ich denke mal, viele Leute... ...würden sich freuen, wenn sie was Neues in Cupel bekämen. Also... Warten wir ab, warten wir ab. Ja, das überlebe ich dann schon mal nicht mehr. Ja, das habe ich noch hingekriegt. Die sind aber auch freundlich. Das sind vor allem einfach drei Magier. Stimmt das? Ne, ein Bogenschütze. Dann ist es fair. Ich bin normalerweise niemand, der pottet. Ich habe so Prinzipien, aber hey... Ich mache mal eine Ausnahme. Ich bin Noob. Ich habe jetzt gerade erst wieder angefangen. Okay. Wäre schon cool, die zu töten so. Komm. Ja. War easy. War easy. Oh, ein Bogen. Cool. Oh, geil. Ein Power-1-Bogen. Oh, Junge. Der hat sogar genauso viel Damage wie meiner. Alter. Nice. Die kann ich nicht anziehen. Äh. Wie viel fehlt... Ach, dann fehlen uns noch vier XP. Dann begeben wir uns verstanden und dann zum ersten Boss. Seid ihr Freunde oder Feinde? Ich muss sagen, ihr seid Freunde. Die Mega-Hitboxen von Cupel hätten euch sonst erfasst. So, laufen wir ein bisschen weiter rum. Hier werden ja bestimmt noch irgendwelche anderen Gegner sein. Wie man wahrscheinlich schon unschwer mitbekommen hat, bin ich jetzt gerade alleine. Ich habe niemanden, der sich im Teamspeak versteckt oder sowas und auf einmal doch mitspielt. Wie ist denn da so die Haltung? Soll ich das immer alleine machen oder sollte ich vielleicht mal jemanden fragen, ob der auch Bock hat? So jemanden wie diesen Sammy-Guy oder sowas oder... Ah, keine Ahnung, ob Rico Bock auf Cupel hat, aber generell so ein paar Leute ranholen? Ist das was oder soll ich das eher alleine machen? So wie ist da so die Haltung dazu? Ich kann mir halt vorstellen, dass es mal ganz witzig ist, so mit mehreren Leuten einfach zu spielen. Da hat man vielleicht keine... Diepen Gesprächsthemen... Oh, vielleicht ja doch, wer weiß. Das wird dann alles ein bisschen... Ja, zocken unter Freunden und so würde sich dann noch das Video aufbauen. Wahrscheinlich. Also man würde halt... Ja, einfach vor sich hin zocken. Mit den Freunden halt. Also ist bestimmt auch ganz cool. So ein LPT, Let's Play Together daraus machen. Ähm, müssen wir mal sagen, wie die Haltung dazu ist. Ich hätte Lust dazu. So, mal... Es müsste ja auch nicht nur zwei sein. Wäre ja mal voll cool, wenn man... So vier Leute, die zusammen Cupel spielen. Das wäre doch geil, oder? So Mage, Warrior, Ranger, Rogue. Das wäre cool. Oder nicht? Mal so richtig schöne Gruppe. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Und wie die Haltung da ist. Also mir fehlen immer noch ein XP. Hm. Wer kennt es nicht? Wenn... Ich hab das schon oft gesehen, so... Hm. Das wird wohl normalerweise ein Schaf sein. Die laufen bei mir auch immer einfach in eine Richtung. Leben meistens auf Bäumen. Das ist so das natürliche Umfeld. Ja. Kenn ich. Hab ich schon durchaus... Oft gesehen. Mein Eintritt und ich bin tot. Ja. Ich lebe wieder. Full HP. Schön. So. Äh, Level... So, jetzt kriegen wir direkt den echten tollen Skill. Und zwar... Äh, den Kick. Genau. Der heißt doch einfach Kick. Your attacks have a chance to make your next special attack instantly chargeable. Achso. Ach, dafür ist das da. Ah, okay. Also wisst ihr was? Wenn ich jetzt hier... Ähm... Wenn ich MP bekomme, muss ich die ja normalerweise so... So... Wie man jetzt jetzt leider nicht... Also, muss ich die normalerweise so aufladen. Ihr hört ja den Sound. Ne? Und wenn ich jetzt diese... Diese lila ne Aura bekomme, diese pinke. Dann kann ich die... Brauche ich die nicht aufladen. Dann habe ich die instant aufgeladen, wenn ich MP besitze. Das ist der Point. Das ist der Point. Der Point. Der Point. Das ist interessant. Eigentlich ziemlich cool. Weil dann kann man halt... M2... Also die Special Attack auch mal wirklich sinnvoll... Sinnvoll... Äh... Nutzen. Weil wenn du sie so lange aufladen musst, dann bringt dir das auch nicht viel. Weil dich die Gegner währenddessen angreifen. Mal gucken, ob wir das jetzt hier mal an dem demonstrieren können. Ja, seht ihr? Und jetzt... Direkt 100 MP aufgeladen unten rechts. Und so müsste ich warten. Guck. So müsste ich das so chargen ganz langsam. Ja, ja. Ist schon ganz cool. Tobi lernt den Ranger kennen. After 4 Years of Spiele in Cube World. Okay, wir gehen zur Stadt. Üblichstes Prozedere. Vielleicht... Also ich meine, Cube World ist 4 Jahre draußen. Ja, aber ich habe mir schon mal Gedanken gemacht. So ein Beginners Guide für Cube World, was man so am Anfang machen sollte oder so. Ich meine, in Cube World wirst du ja, was auch nicht verkehrt ist, ja ziemlich reingeschmissen. Du lernst es so kennen. Aber vielleicht interessiert ja den einen oder anderen in einer Kurzform, was man so am besten macht am Anfang. Weil ihr seht jetzt hier, ich sammle schon mal Kürbisse. Warum sammle ich Kürbisse? Nein, nicht weil Halloween ist. Ah, warte ums. Sondern, weil man die verkaufen kann für je zwei Kopper. Und dieses Kopper brauche ich, um mir danach Glasflaschen zu kaufen. Würde ich diese Kürbisse jetzt nicht... Ich kann nur 50 aufsammeln, by the way. Würde ich diese Kürbisse jetzt nicht verkaufen, würde ich zu wenig Kohle haben, vermutlich. Inventar. Ja, würde knapp werden. Hätte ich nicht genug, könnte ich mir nicht genug leere Wasserflaschen kaufen und irgendwann mal einen Glider oder sowas. Deswegen nehmt einfach so viele Kürbisse und Pineapple, wenn wir die hier sehen. I have a pen, I have an apple. Ihr versteht. Wenn wir hier noch Pineapple sehen, dann semmelt die immer auf und verkauft sie dann in irgendeinem Shop, weil dann könnt ihr euch davon Sachen kaufen. Das ist immer ganz praktisch, das mache ich jedes Mal. Ich meine, an Gold mangelt es in Kürbisse eigentlich nicht. Im späteren Bereich habt ihr so viel, dass ihr es nicht mehr ausgeben könnt. Aber das ist so am Anfang ganz, ganz interessant. Ich weiß jetzt noch nicht, wo die sich befinden, diese Pineapple. Ist ja auch alles ein bisschen auf den Kopf gestellt. So generell. So, die sind komplett blau, die kann ich nicht angreifen. Wäre jetzt aber auch echt unfair, einen Betrunkenen irgendwie zu schlagen oder sowas. Das macht man einfach nicht. Ähm. Oh. Hm, lecker. Pineapple, da haben wir sie doch. So, das sind die zweiten, die man sammelt. Auch hier 50 davon. Ah. Die kann man sich auch verarbeiten und Leckerchen draus machen. Ein bisschen was für unterwegs zum Snacken, woran du HP regenerierst. Äh. 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 In erster Linie machst du, machst du dir da Kohle draus. Also verkaufte die und machst du Geld draus. Am Ende kannst du dir nochmal ein paar sammeln und an einem Lagerfeuer dann bearbeiten. Irgendwas kämpft hier und zwar auch irgendwo, aber ich nix wissen. Ich hab nix gesehen, also gibt's auch keine unterlassene Hilfeleistung. Ich hab's nur gehört und vielleicht hat jemand einen Fernseherlaut oder sowas. Kann ja auch sein. Äh. Äh. Untertitelung des ZDF, 2020